ARD Text im Auftrag von Funk Fortfahren Ach ja Und wieder ein Maustern sie ein bisschen Okay So Genau, stimmt! Stimmt, der hatte jetzt zwei Zelte Krass Fällt euch ja was bei der Warte, ich mach mal Audio wieder ein bisschen leiser Effekte ein bisschen leiser Umgebung Warte, die Wellen sind klar So 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 Anwenden Okay Dann starten wir doch mal mit einem Song, oder? Ja 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 Warte, ich tune nicht Ja Ja Ich rufe Ich rufe Ich rufe Ich rufe Ich rufe Und Musik 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 Krass, man bekommt da immer was. Voll gut. Wir bleiben jetzt eine Session lang hier und hören zu. So. Ähm, Sarah, willst du noch kurz das Game ändern? Da muss ich das nicht tun. So. Es wird langsam Nacht, oder? Das heißt, ich habe gleich Probleme. Oder kann ich da einfach reingehen? Warte mal. Hm. So ein Zelt, da brauche ich noch Schnüre. Schnüre, woher bekomme ich dann Schnüre? Ähm. Hm. Ausrüstung. Getränke. Tja, ich muss irgendwo jetzt ganz schnell, ähm. Ähm. In ein. In ein. Oh. Wo war das? Oder warte, kann ich da einfach beim, beim Feuer bleiben? Das, das wärmt mich doch auch eigentlich, oder? Oder? Aber die ganze Nacht beim Feuer bleiben ist ja auch langweinig. Hm. Okay, nope. Gut. Dann. Geschwind, äh. Geschwind, geschwind, zurück. Zurück in ein Hus. Da muss. Da muss ich ja mir überlegen, wie ich am besten, ähm. Ähm. Ja, ähm. Da muss ich mich ja besser vorbereiten dann. So, die Frage ist, äh. Einfach, wer fällt ein, oder? Eine Straße suchen. Da bin ich gerade vorbei, ich weiß. What? Ah, was ist das da denn? Krass. Oh, okay. Das ist auch schön. Das ist auch schön. Ah. Ja, Weg zurücknehmen ist ja langweilig. Oh, oh. Hm, 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 hm. Gut. Aber, äh, auf jeden Fall. Auf jeden Fall, da ist ein... Ich sollte ein Haus betreten. Ja, gleich, gleich. Da ist doch ein Haus. Oh. Na gut, ich, ich wollte in ein Haus. Jetzt bin ich in ein Haus. Tja. Oh, ganz zurück, okay. Hm. Gut. Das war geplant. Hier wollte ich eh hin. Wie geht's dir? Wenn ich hier ein paar Schiffrecken hatte... Es ist ein Rief, die die Böe und das ist, was es tut. Es sollte nicht zu viel Schiff aufhören. Zu viel, oder? Ich bin glücklich, dass du es alle gemacht hast. Ich hatte große Glück, ja. Ich arbeite an den Docks fast jeden Tag. Wenn du noch Fragen haben möchtest, Lindo, komm mal her. Und ich werde mir bester Hilfe machen. Also, äh, ja. Ähm. Was haben wir mit dem alles schon... besprochen? Ähm. Schon ein bisschen peinlich, ja. Ich bin halt so ein... So ein Frostbein. Äh, also... und da ist ein Kind. Ja. Das Ozean sieht schön aus dem Topf. Ich wünsche, dass es nicht geschlossen war. Ah. Oh. Es ist ja immer noch Nacht. Ups. Ich dachte, ich hätte geschlafen. Ahem. Warte. Ähm. Gut. Na du. Na du. Na du. Ich kann nicht wundern, nach Hause zu gehen und euch das großartige Porträt zeigen. Die Schönheit meiner Featuren macht es total für deine缺te Kunsttraining. Oh. 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 Es ist eine dramatische Destination. Ich werde die Envy von meinen Freunden sein, wenn ich nach Hause komme. Ich habe es nicht gesehen. Es ist Teil der alten Lindo. Aber es ist wahrscheinlich nicht wert, dass es sowieso nicht wert ist. Ja. Es ist die wunderbare Stadt. Ja. Gut. Danke. Das haben wir schon. Na? Stuhl. Okay. Ähm. Dann, ich brauche ein bisschen mehr Alkohol. Ähm. Ähm. Wahrscheinlich. Ah. Okay. Also die brauchen... Es sind... Ähm. Warte. Das sind diese Leuchtsteine, ne? Äh. Da brauchen wir noch ein paar mehr. Ähm. Ähm. Thema... Da haben wir, glaube ich, auch schon alles. Da haben wir, glaube ich, auch schon alles. Ähm. Okay. Gut. Dann schlafe ich mal bis, äh, morgen früh und fallen Umfaller. So. Und dann, 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 dann. Ab 6 Uhr kann man doch rausgehen, ne? Schon. Oder ist es da auch zu kalt? Eigentlich nicht. Dürfte eigentlich nicht sein. Ähm. 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 Ohne eine Wärmequelle. Nicht möglich. Ohne eine Wärmequelle. Dann hätte ich ja wirklich beim Feuer bleiben können, nicht? Oder geht das in der Nacht aus? Hm. So. Good day. So. Wie, wie das Bild halt immer noch hier hängt, ne? Einfach die Pinsel draußen lassen. Unmöglich, das Kind. Ne du? Du sprichst immer noch nicht mit mir. Ähm. Mit der will ich nicht reden? Die ist gemein zu mir. Oh, das Boot ist geil. Ist der Bär noch da? Ja. Da haben wir ja auch eine ziemlich lustige Quest. Die müssen wir auch machen. Ach so. Das ist, äh, das Versuchende. Okay, alles klar. Ja eben. Ähm. Das ist ein Kunstwerk um Millionen wert, aber es, es steht einfach hier bei, bei Kälte und Eis und was weiß ich. Aber vielleicht ist das, ähm, 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 Part of the, ähm, also es ist gewollt. Hey du. Hallo wieder. Na du. Ähm, mit der haben wir auch schon alles besprochen. So. Können wir eigentlich jetzt, ähm, bei Sonnenschein in den Turm reingehen. Dann können wir das, ähm, die tolle Aussicht da malen. Und dem einen, äh, Typen, ähm, in der Hobbit-Höhle da verkaufen. Weil der hat ja gesagt, dass er den Turm so schön findet. Warte, er hat gesagt, er, er findet den Turm schön und ja. Warte, können wir da trotzdem rein? Ja, wir können da rein. Da. Guten Tag, Sir. Okay, ist das schon... leist gut. Äh, du bist aus deinem Turm gekommen, er ist wirklich... Oh, das, äh, das ist voll fies, dass man ihn deswegen voll mobbt. Aber mobben ist eigentlich immer fies. Ähm. Ja. Ähm. Ähm. Ich bin nutzlos, aber du brauchst mich. Nein, danke, äh, was brauchst du? Ähm. 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 Okay. 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 Okay, okay. Aber nicht von meiner Qualität. Mhm. So. So. Also. Da geht's runter. So, wir sollen jetzt die Stock malen. Werden wir natürlich machen. Werden wir natürlich machen. Ich hoffe, wir haben noch... Ja, natürlich haben wir keine mehr. Okay. Gut. Also entweder, ähm, wir können eine übermalen, was ich, äh, gerne ausschließen würde. Oder wir finden noch paar Bretter. Oder Planken. Flup. Hm. Also, er, er will... So, diesen, diese Aussicht, oder? Gäste haben wir... Ja. Schauen wir später nochmal, was, was genau er wollte. Aber ich... Oder das da auch. Ich glaube so. So was. Ähm. Planken. Wo sind Planken? Sind... 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 Ach, komm mal. Komm mal. Danke. Sind neue Planken gekommen? Hey, du. Du. Du da. Ja. So, was importieren die denn? We mainly get shipments of teas, grains of fabrics and, headwear of the latest fashion of course. In any case, there's always lots of work to do around day. Hmm. Um, ja, quatsch me, le. Lindau is a nice port town. Although we don't have much to export anymore. Except for Bloomsarks. Most of our tourism these days are just people passing through on the way in or on the way out of Nabba. ich bin ein idiot das war und das ist ja ja der vom im gasthaus oh man, wow äh, planken, 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 hier habe ich schon alles abgefarmt, trau mich planken, 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 wo bekomme ich planken her vielleicht rede ich nochmal mit dem ja, ich glaube, es war einfach, dass du in, wenn du es getan hast, danke für die Nika du bist ein besonderer Tourist, nicht wahr, Pieswax wir können auch wieder über 7 beklären ähm das stimmt, aber der Typ wollte doch jetzt ein Bild haben oder ich, äh, lass den einfach warten ähm, schauen wir mal ähm, ein seltener Vogel äh, hat besonderes Interesse an einem Vogel mit bestimmtem Ruf äh, nur zum Malen Stadtteile, Pavillon und Gasthaus ähm, die Küche Teile, äh, Teilchen ähm, das sind, achso, ja, genau äh, Bäckerei in Nava genau, das haben wir ja gemacht ähm, da weiß ich, glaube ich, wo der ist der ist beim Baum ähm, man kann nicht jede Quest sofort lösen manche hast du fast das ganze Spiel, bevor du die Möglichkeit bekommst oder du übermalst einen, als kleiner Bilder ähm also das übermale ich nicht das da auch nicht das da auch nicht also nein wir gehen über die Brücke so, übermalen einer deiner Bilder äh, das, das kommt nicht in Frage also wahrscheinlicher müssen wir das irgendwann mal bestimmt müssen wir das mal aber momentan ja glaube ich geht das also wir müssen uns merken der, die Hobbit-Hülle will ein also wir haben glaube ich zwei ich warte mal, wie lange du das aushältst ähm wir haben zwei Aufträge also beziehungsweise zwei Maler-Aufträge also der da will äh einmal den Turm also bin ich sicher, dass er das will und äh, der Turm-Typ äh, der Architekt will die Stadt okay so das ist doch schon mal was mit dem haben wir ja auch alles bequatscht, ne? mit der kann ich Entschuldigung geht es dir gut? worauf sitzt du da? äh, ich frag mal, ob es dir gut geht natürlich natürlich es ist ein Blumsack-Raf es sieht merkwürdig aus hast du das gebaut? ja, natürlich hat er das gebaut, weil es merkwürdig aussieht es sieht nicht es sieht ziemlich gut aus, wenn du mich fragen ja, ich war zeigst du mir, wie das geht? ich kann, aber nur, wenn du die richtigen Herausforderungen mh, welche? my only requirement is that you be my friend one of my best friends to be exact hehehe, sei mal nett, ey äh, er will, dass wir seine Freundin sind vielleicht sollten wir uns erst ein wenig besser kennenlernen, natürlich wir werden die besten Freunde sein auf ewig ich glaube nicht, dass das eine gute Idee ist ähm ja, ich, ich würd das erste sagen, aber also ich weiß ja nicht, ob er gleich eine Beziehung schon das erste, ne? ja meint er eine Beziehung oder einfach nur Freunde? ok, ok, ok ja ich verstehe ziemlich recht let's begin learning about one another in Ordnung ist dein Lieblingsfarbe orange oder yellow? meine Lieblingsfarbe ist keins von beiden was ist das denn für... natürlich Schnecken ich glaube, gucken wär mir lieber maybe I can make you some slug cakes this next one will be tricky if you saw a frog stranded all alone on a lily pad what would you do? ihn in Ruhe lassen äh, ist das nicht normal für Frösche? ich würde ihn retten äh, die müssen eigentlich nicht gerettet werden die können ja schwimmen ja, das ist doch normal für Frösche just because it's normal doesn't mean it's acceptable please consider how the frogs feel about it I feel as if I have come to know you very well would you agree that we can be friends now? hehehe ja, okay, das ist schon lustig ich sehe keinen Grund, warum nicht aww, wundrous here now we can sit on rafts together you'll need some twine to keep it all together I don't know how to make that but the owner has a lot of it yeah, danke you also need wax and that's very hard to find sometimes the stale candles but don't tell her, no? hehehe oookay ähm also da-dafür brauche ich auch schnüre dickmasse also, wax oookay auch wenn ein Floß langsam ist und nur durch seichte Gewässer gesteuert werden kann zu behandeln äh zur Hand handhabt es sich doch besser als eine Wassergebäude gut kann man noch was von dem? hello good friends where is your raft? äh ist noch nicht da gut was ist ja, lindow lindow ist okay sooo it has the ocean but i don't take my rafting there i like this river better mhm, ja, sieht man only took me to it once i found a crab there and brought it home it ran away though what's that? mhm, ja, nur die wahrscheinlich die größte Stadt hier auf der Insel äh, Architekt i think it's architects and buildings richtig äh, altflindow i'm not supposed to take my raft over there but i do sometimes because lots of frogs live there ok bis später ok das war interessant so mhm da ist ein Schild dum 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 so äh äh Naturschutz Plicke und Abreisen von Schwarzdisteln genau das wissen wir eher machen wir aber wahrscheinlich schon die ganze Zeit ähm äh 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 Untertitelung des ZDF, 2020